Hallo, ich bin der unglaubliche Heinz, ein sensibler Poet, gefangen im Körper eines zu stark beharrten Lkw-Fahrers. Und ich möchte, ich bin Comedian, vielleicht hat man das schon gemerkt. Und ich möchte hier das Projekt Marionette vorstellen. Auf allen Social-Media-Kanälen könnt ihr da helfen. Ich finde es wunderbar, dass sich da Menschen einsetzen, um Gutes zu tun. Leute, klickt da hin, schaut euch das an. Ein wunderbares Projekt. Mitmachen, mitspenden. Das Christkind steht vor der Tür. Vielen Dank.